Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen zum Tele-Stammtisch, zur Besprechung von Ohlala, der neuen Komödie mit Christian Clavier. Und ihr hört schon, ich bin nicht alleine. Ich habe mir Verstärken rangeholt und wir wollen diesen Film gemeinsam besprechen. Er ist 50% Hanseat, 50% schwarz-gelb, aber 100% Sonnenbank-Flavor. Hallo Team. Ich weiß gar nicht, ob ich Hanseat bin. Muss man aus Hanseat nicht aus einer Hansestadt kommen? Nein, nein. Wer will denn auf so Kleinigkeiten achten? Guten Abend. Und wie man an meinem Lachen gehört hat, man könnte meinen, ich hätte mir schon einen guten roten aufgemacht. Ich habe mir aber nur einen schlechten roten aufgemacht. Außerdem noch dabei, sie ist zu dreiviertel Badin und zu dem anderen Drittel Remoulade. Hallo, Schnell. Oh, ich liebe Remoulade. Ich glaube, Remoulade ist auch französisch und alle Franzosen essen, glaube ich, Remoulade. Und ich finde, wir sollten bei Verallgemeinerung und da bleiben wir jetzt dabei. Das passt zum Film. Ja, und ich bin's du. Ich bin zu 100% sicher, dass wir jetzt hier zumindest Spaß haben werden. Aber ob ohlala Spaß macht, ja, das werden wir jetzt herausfinden. Bevor wir das herausfinden, das Obligatorische muss natürlich zuerst sein. Worum geht's eigentlich? Timo, bitte, beantworte die Frage. Oh, du Arsch. Jetzt muss ich da auch noch die Synopsis machen. Ja gut, es geht um die Familie. Geht's um die Familie? Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Es geht auf jeden Fall um... Bouvier Sauvage. Wie heißen die? Bouvier Sauvage. Ach, ihr Streber habt euch bestimmt vorbereitet. Es geht auf jeden Fall um... Es geht um sehr viele alte, weiße Männer. Da ist unter anderem Gérard dabei. Ich spreche auch alle Schauspielernamen nicht aus. Ich kann ja kein Französisch. Naja, auf jeden Fall ist... Gérard und die Frau heißt, glaube ich, Nicole und die haben einen Sohn. Der heißt natürlich klassisch François, wie Franzosen halt so heißen. Und François hat sich in Alice verliebt, heißt es, glaube ich, wenn man es französisch ausspricht. Nämlich nicht Alice. Die wollen heiraten, aber man muss natürlich sich jetzt auch erstmal, wie das sich gehört in solchen Kreisen, muss man die Schwiegereltern und die künftigen befreundeten Ehepartner kennenlernen. Das sind Katrin und Frederik. Unter anderem dann gespielt der Frederik. Jetzt sage ich doch einen Namen, weil den kann ich aussprechen. Christian und Clavier. Und das ist so eine kackreiche, pisskonservative Aristokratenfamilie. Und die ist natürlich ein bisschen doof, dass Gérard halt nicht Mercedes-Benz-Auto-Helverkäufer ist, sondern nur publique Peugeots verkauft. Und wenn ihr das schon richtig lustig findet als Ausgangsprämisse und als Basis für eine toll erzählte, mit ganz viel Liebe und Esprit gestaltete, Achtung, Warnung, französische Komödie, dann seid ihr bei Ohlala, wer ahnt denn sowas, wie der schöne deutsche Zusatzuntertitel auch noch suggeriert. Dann seid ihr, glaube ich, total richtig. Ob wir das waren, mal gucken. Ja, Timo, du hast gerade gesagt, er verkauft leider keine Mercedes. Aber wenn er Mercedes verkaufen würde, das wäre schon ziemlich scheiße, weil Mercedes sind ja deutsche Autos. Ja eben, aber es ist doch totale Wertarbeit und so. Und das ist, will mir doch, also das ist ja eines von vielen Dingen, die ich in diesem Film auch nicht verstanden habe. Aber da kommen wir vielleicht noch zu. Ja, der Titel heißt, der Film heißt im Original Kokoriko, falls ihr den mal googeln wollt, im Original, nicht Ohlala. Und auch nicht Kikiriki. Genau, wir haben recherchiert, das ist anscheinend, so macht der Hahn in Frankreich, Kokoriko. Und warum der so heißt, keine Ahnung, haben wir überlegt, vielleicht weil es irgendwie Kuckuck, keine Ahnung. Denn der Witz ist ja, sie kommen zusammen, diese Adelsfamilie und die Peugeot-Familie und werden dann aus Witz, weil eine der Töchter oder die Tochter arbeitet in einem Labor, werden dann ihre Genealogie hervorgezaubert bekommen. Und von allen Familienmitgliedern wird mal geschaut, ja, zu wie viel Prozent oder was ist denn der Hauptanteil, aus welcher Nationalität stammen sie denn? Und das ist die Ausgangslage, aus der dann dieser Film wahnsinnig tolle Witze hervorzaubern wird. Stu, welcher Witz hat dir denn am besten gefallen? Das ist lustig, du. Ich wollte gerade sagen, der Stu ist schon wieder auffallend still nach 4 Minuten 20, aber das ist auch in Ordnung, denn ich nehme es mal vorweg. Also wenn ihr findet, dass Christian Clavey als Monsieur Claude schon irgendwie doof war, weil er, ich glaube, wenn ich es noch richtig zusammenkriege, einen muslimischen Schwiegersohn schwierig findet. Haltet euch fest, er findet auch einen Sohn eines Peugeot-Verkäufers und einer lediglich als dusseligen Haushaub porträtierten Mutter findet er auch richtig kacke. Also wen überrascht das? Herzlichen Glückwunsch. So, Stu, was fandst du denn lustig an dem Film? Rechtfertige dich, erkläre dich. Was ich gut an dem Film fand, als er vorbei war. Ich habe gefragt, was du lustig fandst. Was ich lustig fand, war, ich habe, glaube ich, einmal kurz so verzweifelt aufgelacht, wie so der Joker in irgendwelchen Batman-Comics, als mir bewusst war, fuck ey, das geht ja noch eine Stunde weiter so. Ja, also das kann man, glaube ich, hier, Leute, wenn ihr jetzt schon wütend seid, weil ihr denkt so, boah, aber ich mag die Monsieur Claude-Filme und ich mag den Christian Clavier, dann solltet ihr jetzt hier bitte ausmachen, weil ich, von uns drei wird nicht mehr viel Gutes kommen. Also der Timo hat gerade eben vollmundig im Vorgespräch an und kündigt, ich habe eine Szene, die fand ich lustig und die kann er jetzt gerne verraten, weil danach kommt, zumindest auf meiner Seite kommt ja nichts mehr Gutes. Ja, also ich müsste jetzt ein bisschen erklären, dass ja bei dieser ganzen Geschichte rauskommt, es wird ziemlich klar und deutlich, dass der von Christian Clavier gespielte, wie heißt denn der, Didier, nee, wie heißt er? Frederic, Frederic, Frederic natürlich, excuse moi, dass der auf einmal, also bei allen Figuren kommt raus, dass sie irgendwie nicht, ich sag mal jetzt wirklich, und das ist in deutlichen Anführungsstrichen zu setzen, dass sie nicht reinrassig sind und keine reinrassigen Franzosen. Furchtbarer Begriff, aber er passt hier an dieser Stelle leider kontextmäßig und das ist natürlich dann für so einen Aristokraten-Franzosen, der meint, er ist seit tausend Jahren reiner Franzose, ist das natürlich ein Schlag ins Kontor und ins Gesicht und er macht aber schon vorher völlig klar, dass er alles, was irgendwie nicht französisch ist, kacke findet. Nun kommt bei dem, also wir spoilern diesen Film, finde ich, weil es einfach kackegal ist, den wird keiner gucken. Oder stopp, spoilern wir diesen Film? Ja, komm, das ist doch, das jetzt hier ist eine Spoilerwarnung, wenn ihr euch wirklich den Spaß eures Lebens nicht entgehen lassen wollt, dann macht hier jetzt bitte aus. Wenn ihr euch den rassistischsten Spaß eures Lebens, also ich werfe hier gleich schon das R-Wort rein, dann guckt den euch an, aber dieser Film ist ein einziges Rassismus-Klischee. So, jetzt können wir spoilern, damit wir das beweisen können. Genau, und es kommt halt bei dem ohnehin ja so proletischen, proletarischen Peugeot-Händler, Gérard kommt halt raus, dass er zu einem gewissen Teil deutsch ist. Und das natürlich für den Franzosen, Stichwort Erbfeind, Grüße an Ernst Moritz Arth an dieser Stelle, ist das natürlich ein Problem, weil das ist ja voll Klischee-Hassens- und Verabschuldungswert. Und dann kommt es, weil ich ja, ich wurde ja angeteasert, dass ich jetzt die lustigste Szene des Films erkläre oder zumindest kurz erläutere, was ich da lustig fand. Gérard begegnet dann irgendwann seinem Vater und der trägt dann unter seinen normalen Klamotten tatsächlich ein Deutschland-Trikot und hat so eine Art German Man-Cave sich gestaltet. Und dann hat er einen wirklich sehr guten Gag bezüglich eines in den 80er Jahren stattgefundenen Fußballspiels und eines sehr, sehr groben V-Spiels von dem damaligen deutschen Nationaltor war Toni Schumacher. Und das ist ein halbwegs gelungenes Setting und da ist ein wirklich guter Gag dabei, der in der Schlocke und ich haben den ja in der deutschen Synchro auch noch leider sehen und gucken müssen. Ihr Glücklichen. Ja, weiß ich nicht, ob wir so glücklich waren und ob das so glücklich gemacht hat. Auf jeden Fall ist da dann ein guter Gag für mich dabei gewesen, aber der funktioniert wahrscheinlich auch nur mit dem Kontextwissen über das Fußballspiel, über das Ereignis und die Geschehnisse, die da drumherum passiert sind. Und wie, wie doch wirklich auch nicht politische Kreise, aber zumindest was so in der Kultur dieses damalige Faul auch ausgelöst hat zwischen Deutschland und Frankreich erneut. Denn das ist ja, das spielt ja der Film auch so ein bisschen aus, aber auf eine ganz, ganz perfide, eklige Weise. Es ist natürlich, es spielt mit diesen Klischees über verschiedene Länder und Nationen und das sind einfach general überholte Stereotypen, die er hier im Jahre 2024 oder 2024 auspackt. Und ich fand es ebenso wie Schlogger einfach furchtbar anzusehen, was da teilweise wirklich, ich weiß, dass es sehr, sehr inflationär benutzt, dieses alte, weiße Männer. Aber hier sind halt zwei alte, weiße Männer mit wahnsinnig schlanken Frauen, die einfach nur, verlaub, scheiße reden. Und das hat keinen Spaß gemacht, das zu gucken. Ich meine, ich habe eine masochistische Ader. Genau, stimmt, das kommt auch noch dazu mit den Frauen, das hatte ich schon völlig verdrängt. Die Kerle machen da einfach und die Frauen sitzen hinten dran, also manchmal werden sie schon so ein bisschen französisch, dass sie auch mal kurz was sagen, aber dann die Männer bestimmen einfach das ganze Geschehen. Und der Film ist einfach, wir haben diese vier Hauptfiguren und zwar die Eltern, also Mann, Frau, Mann, Frau, die dann ihre Umschläge aufmachen. Dann macht zuerst die Frau des Adelsmannes ihren Umschlag auf und wir erfahren, zu wie viel Prozent sie von irgendwas abstammt. Und dann wird sich darüber eine Viertelstunde lang lustig gemacht. Dann macht der Nächste einen Umschlag auf. Dann wird sich über diese Ethnie eine Viertelstunde lang lustig gemacht. Dann der Nächste und so weiter, ihr versteht, wo es hingeht. Oder ist es die Frau oder ist es der Mann, weiß ich jetzt nicht mehr, wer zuerst einen Umschlag aufmacht. Und ich war wirklich, ich habe mich gefühlt wie so ein Clickbait-Film, dass ich einfach nur, ich wusste, der Film will mich jetzt locken damit. Ich muss dranbleiben, bis ich weiß, was denn bei Christian Clavier, Christian heißt er so, was bei dem Adelsoberhaupt drin ist. Ich habe so, das war so eine offensichtliche Manipulation. Es wurde so wütend und gleichzeitig war ich so, ich will, ich will nicht, dass der mich so manipuliert, war trotzdem auch neugierig, was denn bei ihm rauskommt. Aber eben dieses, dieses billige, hier ist eine Ethnie, welche Witze fallen uns ein, über die wir uns lustig, also als er dann eben rauskommt, dass deutsch ist, dass er deutscher ist zu 50 Prozent, wird dann eben tausend Sprüche darüber, natürlich auch Hitler und Nazis und alles mögliche, das ist ja auch okay, man darf da ja auch Witze drüber machen. Aber eben in so einem großen Film, der dann auch überhaupt keine Auflösung bietet und nur, nur das schlechteste Gefühl drauf und auch noch so, also wir sind ja schon im Spoiler-Bereich. Die eine findet dann raus, dass sie irgendwie mit dem englischen Adelshaus über tausendecken verwandt ist und wie sie dann damit umgeht, dass sie sich erstmal ne Frisur schneidern lässt und die Anzüge trägt, das war alles so schlecht, das war überhaupt nicht witzig, es war einfach, es war auch nicht menschlich nachvollziehbar, es war einfach, als hätte jemand, ein alter weißer Mann vielleicht, die schlechtesten Witze, die ihm 1990 seine Freunde auf dem Grundschulhof erzählt haben, nochmal zusammengekratzt und die dann da eben nochmal hingeschüttet. Sorry, kleiner Rant hier. Ja, aber du hast ja vollkommen recht, also wir wollen ja auch ein bisschen, oder wir müssen ja ein bisschen unserer quasi Filmbesprechungspflicht nachkommen, denn der Humor ist halt echt, der ist altbacken, aber das deckt sich halt auch mit der gesamten Inszenierung. Ich fand da wirklich alles komplett vorhersehbar, was die Handlung angeht und es ist einfach, es ist für mich und ich finde, französisches Kino kann was, wenn es Genre zum Beispiel macht, aber ich finde, französische Komödien sind immer richtig, richtig kacke inszeniert und das ist, finde ich, oh la la auch. Der ist einfach so 0815 inszeniert, dass du denkst, das könnte auch, also bei uns, in Deutschland wäre das mittlerweile, glaube ich, nicht mal mehr ein ARD-Digeto-Fernsehfilm. Ja, also hier, ich muss kurz noch zu Monsieur Claude. Monsieur Claude, zumindest der erste, ich glaube, das ist der einzige, den ich gesehen habe, der versucht ja irgendwas Versöhnendes damit reinzubringen. Der hat ja eine gute Botschaft, die er da irgendwie mitbringen will, nämlich dieses, okay, kommt doch zueinander. Und dieser Film hier, der macht das irgendwie nicht, der will einfach nur seine schlechten Scheißwitze da raushauen und am Ende wird, keine Ahnung, oder, okay, Stu ist schon wieder ganz leise jetzt. Stu hat den Film nämlich im Original gesehen, das heißt auf Französisch und wir haben schon gehört, der eine ist ja zu 50 Prozent Deutscher und er versucht dann, glaube ich, im Original auch Deutsch zu sprechen. Bei uns in der synchronisierten Version hat er dann bayerisch geredet. Stu hatte dann dieses Deutsch, was er da geredet hat, hat man das verstanden? Er sagt halt dann irgendwie, Tempo, das war's halt, oder zack, zack, sowas sagt er halt. Guck mal, wie die Terroristen im Die Hard, das ist doch sympathisch. Wie so ein Nazi halt. Sagt dir das nicht so, so steh ich morgens auf, Tempo, zack, zack, Kinder. Ansonsten muss ich sagen, hier ist gerade irgendwie das Wort menschlich gefallen. Also, das sind halt keine Menschen, das sind auch keine Figuren, das sind Schablonen, das sind Stichwortgeber. Das ist, es ist, und vor allem, es ist ein ewiges Geschnatter und ich, ich, wie gesagt, ich habe im Originalton gesehen und deswegen, ich habe ihn nicht im Deutschen gesehen, ich werde ihn mir auch nie wieder angucken, aber im Originalton ist das ein elendes Geschnatter. Es fängt an mit Sekunde eins und will nicht aufhören. Es gibt wirklich keine drei Sekunden, in denen die mal nicht die Fresse halten. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Dazu diese unsympathischen Figuren und dann noch dieses angebliche Gefälle, weil der eine ist nämlich steinreich und die eine Familie ist steinreich, weil die haben so ein Weingut und wohnen im Schloss und die anderen, die sind nicht so reich. Die fahren zwar trotzdem in Limousine und leben in einem schönen großen Haus, aber ist ja nicht das gleiche. Und dann diese Kinder, die auch nur so zweck, die nicht da reingepfroppt worden sind, weil man irgendjemanden braucht, der mit diesen DNA-Tests um die Ecke kommt. Es ist furchtbar. Die Frauen wurden schon erwähnt. Diese eine von dem Peugeot-Händler, die so unnatürlich doof dargestellt wird, dass es mir Schmerzen bereitet hat. Und dann die Frau von dem Christian Clavey, die so ultra rassistisch ist, weil anscheinend ist es das Allerschlimmste, wenn man herausfindet, dass man ja irgendwie zu einem Drittel Portugiese ist und man die Haushälterin, die Portugiesen ist, wieder den letzten Abschaum behandelt. Und das ist natürlich ganz, ganz böse, aber am Ende ist ja doch wieder alles gut. Denn es gibt ja gute Rassisten und weniger gute Rassisten. Und die guten Rassisten sind ja die netten. Dieser Film ist ein einziges, rein rassiges, widerwärtiges Kotzfest. Entschuldigung, ich bin fertig. Ja, dann sehen Sie auch morgen eine neue Episode von Stu's Gute Rassisten, Schlechte Rassisten bei RTL um 9.40 Uhr. Gute Rassisten, Schlechte Rassisten. Ja, und wegen der Inszenierung, also ich würde nicht sagen die Ghetto-Film, ich würde sagen Sönke-Wortmann-Film, weil der macht mittlerweile ähnliche Filme. Es sind einfach so Filme, die gefühlt alle 20 Sekunden einmal ihr Setting wechseln und das war's. Ansonsten ist es also Schnitt gegen Schnitt und halt unsympathische Arschgeigen, die so erst zu tun, als ob sie sich verstehen würden, dann krachen, verkrachen sie sich, dann vertragen sie sich wieder und am Ende ist einfach wieder alles gut. Und diese Abhandlung zum Thema Nationalstolz und nationalem Gefühl, das wird in so einer widerlichen Penetranz auseinandergenommen, ohne ein Ergebnis zu bringen. Ich will mir mal was sagen, ja, es ist mir, verstehe ich das nicht falsch, ich bin durchaus dankbar, dass ich in Deutschland aufgewachsen und geboren worden bin oder das Glück hatte, hier geboren worden zu sein. Aber mir ist es doch scheißegal, ob ich Deutscher bin. Was soll diese ganze Stolzscheiße, was soll das? Könnte ich ein Quartal kotzen? Ich finde es sehr gut, dass du mal ein bisschen aus sich rausgehst. Und dieser Film, ich meine, natürlich, das kann man ja verraten bei einem Spoiler-Teil, natürlich, am Ende wird alles gut und dann kommt auch der Enkel, aber letztlich, es sind immer noch die gleichen Arschnasen wie zu Beginn. Und der Enkel, der kriegt dann Namen aus allen Ethnien, die sie haben, weil das ist ja ein Superwitz, der heißt dann François, Klaus und jetzt soll noch hier gesagt sein, einer der Charaktere wird sich herausstellen, dass der ein, wie ist denn jetzt der korrekte Begriff, dass er Native American Hintergrund hat. Und die Gags, die daraus, also da habe ich schon gedacht, okay, die machen jetzt keine Indianer, keine Uuuuh und das ist der erste Gag, der dann kommt, so gefühlt. Vor allem, was ist denn daran schlimm, wenn man irgendwie, wenn die groß, 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 groß Tarnte vor Urzeiten, also mal mit einem Native American geschnachselt hat, was soll die Scheiße? Weißt du, ich finde es ja okay, wenn der Film sich über ihn lustig gemacht hätte, so ein Motto, was bist du für ein Idiot, aber er macht es ja nicht so richtig. Es ist ja wirklich so ein Auseinanderprallen von dümmsten Klischees und das auch so bieder alles, das ist ja furchtbar. Also nach der Vorstellung gab es ein paar Leute, die gesagt haben, ja, aber das ist so ein bisschen wie damals mit Louis Define. Nee, kann ich nicht beurteilen, weil ich fand Louis Define damals schon nicht so geil, aber ich glaube, ohne es bösen, Louis Define hätte sich doch im Grabe rumgedreht, wenn er in sowas total Inspirationsloses wie diesem Scheiß mitgespielt hätte. Ja, da gehe ich mit und glaube das auch. Ich glaube auch, dass, also wir haben in der Vorrecherche, in der kurzen ein bisschen geguckt, wie viel der so an Besuchern in Frankreich hatte und sind bei einer halben Million am ersten Wochenende rausgekommen. Ich will jetzt nicht die politische Debatte aufmachen, ich würde nur, also mich wundert das tatsächlich nicht, weil ich will gar nicht sagen, Franzosen haben keinen Geschmack, dann wäre ich ja kein Deut besser als die Menschen, über deren Filme oder über deren Produktion wir da gerade reden. Sondern ich glaube einfach, dass der in Frankreich ein Publikum findet, weil es Leute gibt, die sagen, ja, endlich sagt's mal einer. Ja, man darf ja das nicht mehr sagen, genau. Genau, und das ist also wirklich, also, dass die berühmten alten weißen Männer auch zur Klientel gehören, die nicht nur sich im Film wiederfinden, sondern diesen Film auch gucken sollen und denken sollen, na, das ist ja mal richtig lustig, diese alten Schenkelklopfer über so richtig Klischees und nationale Ressentiments, das ist total lustig. Da bin ich echt als Fußballfan, da gib mir lieber die Engländer, die alle vier Jahre, wenn wir gegen England Länderspiele bei einer WM oder EM haben, die Tanks wieder rausholen, schöne Grüße an die Sun an dieser Stelle, das finde ich in Ordnung, das ist humorvoll, weil das wirklich nicht mehr ernst genommen werden kann. Den Film muss ich oder soll ich ernst nehmen und fand den wirklich Kernscheiße, sag ich, habe ich glaube ich noch nie beim Tele-Stammtisch über einen Film gesagt, Kackfilm. Ich habe auch währenddessen gedacht, du meinst erstmal dieser Vibe von, endlich sagt's mal jemand, diese Witze darf man ja gar nicht mehr machen und andersrum, wenn du diesen Film kritisierst, dass dir dann vorgeworfen werden kann, ja, aber du hast halt auch einfach keinen Humor. Und ich habe so das Gefühl, wenn die Franzosen hören, wie wir Deutschen, und wir wissen ja, dass nicht alle Deutschen den Film so scheiße finden wie wir, hier, jetzt gehen nochmal Grüße raus, nehme ich an Filmstarts, war's, ne? Dass wir Deutschen einfach keinen Humor haben, was das angeht. So sehe ich schon, wie die Franzosen das da betiteln werden. Und der Film, ich habe mir den deutschen Trailer dann angeguckt, weil ich wissen wollte, wie bewerben die den in Deutschland. Und das fängt ja schon an mit der Szene am Anfang, wie er in seinem Peugeot-Autohaus sitzt und da kommen Leute und reden über deutsche Autos und er sagt dann ja schon direkt, aber wer möchte denn schon in Deutschland wohnen? Und da fand ich es interessant, dass eben, um unseren Humor als Deutschen zu verteidigen, dass wir schon im deutschen Trailer direkt sagen, guck mal, diese Szene nehmen wir mit rein, wir haben nämlich Humor, wir können über uns selber lachen. Das fand ich irgendwie in Ordnung, denn wir finden diesen Film nicht scheiße, weil er sich auch über Deutsche lustig macht. Auf keinen Fall, man darf sich gerne liebevoll oder irgendwie mit Sinn lustig machen oder man darf sich auch gerne in seinem Zimmer zu Hause treffen und mit seinen besten Freunden irgendeine Scheiße reden, aber du darfst es nicht in so einem Film unkommentiert machen und das dann noch als, das ist lustig und endlich sagt es mal wieder jemand verkaufen. Ich meine, das haben wir jetzt einfach so reingelesen, aber ich wette, das ist genau die Zielgruppe, das wird es genauso auffassen. Also ich habe nichts dagegen, wenn man sich über Deutschland oder Franzosen oder Amerikaner oder was ich lustig macht, auch gerne unter der Göttli, auch gerne ein bisschen schräger, auch gerne ein bisschen mit dem Dampfhammer, der auf den Tisch mehrfach haut, aber da muss es halt zum einen irgendwie auch wirklich was, ein bisschen was witzig sein, ein bisschen was Spritziges und nicht einfach, dass sich irgendwie vier alte, weiße Franzosen in irgendeinem Chateau treffen und irgendwie Nervenzusammenbruch bekommen, weil sie irgendwie, weiß ich, zwei Prozent ihres Blutanteils irgendwie afrikanisch ist oder so ein Mist. Das ist, und wie ihr schon gesagt habt, also ich sehe es auch schon kommen, dass da ganz viele Leute reingehen und dann sagen, wenn, ja, wir sind ja, wir sind ja modern und wir, wir verstehen ja, weil, wir haben ja hier gelacht, weil, nee, ihr versteht gar nichts. Das ist genau wie die letzten Onkel-Claude-Kack-Filme, das ist einfach Rotz. Es ist einfach nur der letzte Rotz. Wenn das wirklich so erfolgreich ist in Frankreich, dann, dann... Ich dachte immer, wir hätten ein Problem, das deutsche Kino, aber hey, 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 wir sind nicht alleine anscheinend in Europa. Ja, Grüße gehen raus. Wie gesagt, ich war fassungslos davon, auch wie energieraubend dieser Film ist. Der geht ja gerade mal 19 Minuten, aber ich bin da rausgekommen aus dem Kino. Ich habe mich gefühlt, als ob ich irgendwie eine 18-stündige Dokumentation übers Quallenfischen gesehen hätte. Es war furchtbar. Dieses ewige Geschnatter, ich kann es nicht anders aussagen, dieses Geschnatter. Ich habe wirklich innerlich mehrfach die Leinwand angeschrieben mit Halt die Fresse. Es war furchtbar. Deswegen war ich echt ein bisschen neidisch, dass ihr den zumindest auf Deutsch gesehen habt, weil ich glaube, auf Deutsch ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ich will es, wie gesagt, nicht ausprobieren. Ja, du hast ja von Anfang an gesehen, wo der Film hinführt. Der fängt ja direkt an mit diesem Gentest und dann weißt du, okay, das muss ich jetzt noch 90 Minuten weitergucken. Und das wird einfach so weitergehen, das wird immer dümmer. Beziehungsweise ja, es gibt ja auch noch einen kleinen Teil nach dem Gentest, wo sie es dann total übertreiben, eben mit dieser deutschen Man Cave und was die Mutter dann mit ihrem englischen und die portugiesische Haushältin und wie der Typ mit seiner indianischen Vorfahren da hadert. Das ist alles, oh Gott, das ist alles so peinlich auch irgendwie. Ja, und vor allem, mir tat auch die Ehefrau von dem Peugeot-Händler, ja, die tat mir auch irgendwie leid, weil die wurde halt, von Anfang an wurde die immer so ein bisschen als dieses doofe Blondchen dargestellt. Und die wird ja, als sie dann erfährt, dass sie irgendwie über 20.000 Ecken mit den Winsters irgendwie verwandt ist, tat sie ja sofort so, als wäre sie irgendwie Queen Elizabeth die Dritte. Und ich dachte, das kann ich euer Ernst an, wie er das inszeniert, diese Frau tat mir irgendwie leid, weil dieser Film wirklich dann mit dem Finger auf diese Frau zeigt und sich komplett über sie lustig macht. Und das tat mir leid, weil die auch immer so unter der Fuchtel von ihrem Ehemann steht. Sowieso muss man ganz sagen, diese Figuren sind alle, wirklich alle, entweder nicht existent wie die Kinder, die wie gesagt nur Stichwortgeber sind und dafür da sind, hier ist der Da-A-Test, tschüss, ja. Oder aber, es sind, pardon, Arschlöcher. Das Einzige ist noch so, wie gesagt, diese Ehefrau, die glaubt, sie wäre Queen Elizabeth die Dritte, die tat mir dann wirklich fast schon leid, weil dieser Film so hämisch, ob die drauf geguckt hat und drauf gezeigt hat, guck mal, wie doof die ist. Furchtbar, ganz, ganz furchtbares Kino. Wirklich, wenn das Komödienkino der heutigen Zeit ist, dann wünsche ich mir aber wirklich die Fareddy aus den 90ern zurück. Und da bin ich auch nicht der größte Fan von. Was wünschst du dir zurück? Ja, es ist schön, also meine beiden Kollegen haben sich jetzt, finde ich, sehr, sehr abgearbeitet an dem Film. Finde ich gut, musste ich da nicht machen, denn ich fasse es kurz zusammen für all jene, die sich an deutschem Comedy abarbeiten. Auch die Franzosen können beschissene Filme machen. Ist irgendwie auch beruhigend. Ich finde, es hat mich, hat mich, äh, hat mich dann auch wieder irgendwie ein bisschen gesettelt, wie das so schön heißt. Ja, also es war wie, wie so ein, ich hab mich wie so ein Gaffer gefühlt bei diesem Film. Es war wie so ein Unfall, dem musste man zugucken und fassungslos die ganze Zeit, sieh, kann es sein? Ist das ein Film aus der Jetzt-Zeit? Und als ich dann noch gehört hab, dass der so abgeht gerade in Frankreich, da muss ich mich doch wirklich, naja. Wie bringen wir das denn hier zu einem schönen Ende? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Wir hören jetzt einfach auf. Man kann vielleicht sagen, dass es gibt aktuell viele, viele Filme, die interessanter sind und besser sind, nicht um die Komödien, aber es gibt genügend Alternativen, die ihr euch im Kino angucken könnt. Und ich möchte nochmal klarstellen, wenn ihr mit dem Film euren Spaß habt oder euch darauf freut, es sei euch gegönnt. Nein. Ihr seid scheiße. Dann verachten wir euch. Übrigens, Schlogger hat noch gleich Werbung, das könnt ihr noch daran hören. Ja, nee. Wenn ihr diesen Film gut findet, dann dürft ihr nicht auf meine Website gehen. Was ich jetzt, ich hatte den Film ja schon wirklich für längere Zeit geguckt und habe dann auch für Movie Break eine Kritik geschrieben, die glaube ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht online ist, aber wenn dieser Podcast erscheint, ist sie online. Und während wir geredet haben, habe ich immer so mit meiner Punktezahl so gespielt. Und sie ist wirklich jetzt nochmal ein Zähl nach unten gewandert. Und das ist seit langer Zeit mal ein Film, der wirklich, wirklich brachial eine sehr niedrige Wertung von mir bekommen hat. Ähm, aber zu Recht, wie ich finde. Und deswegen, ich, mein Fazit lautet einfach, ich, ich, ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber glaubt mir, es, 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 es kann durchaus sein, dass jetzt in ungefähr neun Monaten, wenn es dann wieder um die Jahreslisten geht, dass, oh lala, äh, in der Flop-Liste bei mir ganz weit oben stehen wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dieses Jahr zumindest im Komödienbereich einen Film sehen werde, der mich noch mehr nervt, der mich, den ich noch widerwärtiger finde und noch schlimmer als dieses elendige, nervtötende, empathielose, unsympathische Geschnatter. Und, ey, Christian Clavé, den, den habe ich früher geliebt, neben Jean Reno und diesen Zeitreisefilmen mit den Rittern, ja. Aber mittlerweile, boah, keine Ahnung, was, ich meine, der hat seine Nische gefunden, aber, ach komm, ist kacke, Ende, bitte, weiter. Ja, ist, ist kacke, oh, kack, kack, keine Ahnung, kackeri kack. Oh Gott, wir müssen das hier, beenden, beende das. Ja, ja, oh lala, oh nein, nein. Ach, war Timo schon dran, sorry, ich habe mich so in Rage geredet, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wer jetzt schon von euch das Fazit gefällt hat und wer nicht, deswegen, äh, äh, sorry. Also, fassen wir zusammen, Schlöger und ich sagen, der Film ist scheiße, Timo fand den ganz großartig, sei es drum, jeder Jeck ist anders. Danke fürs Zuhören hier bei unserer Besprechung von Ohlala. Aber jetzt musst du, jetzt machen wir eine Serviceleistung, jetzt sagen wir alle drei noch reihum, so wie wir es andere Podcasts auch machen, wenn der Film, über den sie eigentlich sprechen, nicht so doll ist, sag doch mal zwei Filme, die man sich aktuell besser angucken kann. Als Komödie, oder? Och, egal. Naja, also, wenn der läuft, dann ist Dune Part 2 noch Thema, der ist eh großartig und gehört gesehen, äh, keine Komödie, dem die ist auch Zone of the Interest, aber der ist auch sehr, sehr stark. Ähm, ja, das wären so zwei Filme, wo ich sage, da könnt ihr mal reingehen. Na, Schloggi, was hast du? Ja, wir haben ja hier die, die Oscars bald, das heißt, man könnte eher die Oscarliste abarbeiten und da ist ja auf jeden Fall noch nicht genannt, aber, äh, hier Dings, hier, wisst ihr, der andere da. Ja, Bums, genau. Ja, klar, Dings, ja, jetzt, wo du es sagst. Die wollte ich gerade eben auch nennen. Ist das nicht der Sequel von Bums? Ja, Poor Things meine ich. Guckt euch bitte Poor Things an. Ja, 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 habe ich. Und irgendwann, ich glaube, läuft nicht in der gleichen Zeit auch hier Dream-Szenario an, wie wenn hier, oder la la. Ja, genau, ja, ja. Genau, dann geht bitte in Dream-Szenario. Ist nicht ganz die gleiche Chance, aber der ist ja gut. Guckt euch Dream-Szenario an, ich werde jetzt noch, um was anderes zu sagen, also, so von Komödien, weiß ich gar nicht, ich habe es nicht mehr so mit Komödien. Ich fand American Fiction tatsächlich erstaunlich lustig. Schlogger war da, glaube ich, nicht so ganz meiner Meinung. Und, äh, was würde ich denn noch empfehlen, was man gut gucken kann, anstatt, dass man sich so eine Kacke anguckt? Ja, komm hier, also, äh, ich muss schon sagen, äh, Film startet, glaube ich, auch am gleichen Tag, wenn ihr das jetzt hört. Äh, die beiden Kollegen gucken ihn erst noch. Die Unschuld. Also, ein ganz toller Film. Müsst ihr meiner Meinung nach noch gucken. Ich liebe mal sowas an. Meckert auch mal, so wie ich das gerne tue, den Kinobetreiber vor Ort und sagt, ey, warum zeigt ihr den Film XY nicht? Und so eine Kacke stattdessen. Spoiler-Alarm. Natürlich zeigt mein Kino, oh la la, ist klar, ne? Nee, äh, guckt. Sogar in der Vorpremiere. In der Vorpremiere, wo sich dann wahrscheinlich bei einem schönen Gläschen roter Bordeaux und einem Baguette einfach gefreut wird, dass das kein guter Film wird. Nein, egal. Nee, also ich bin, fand, das waren wir unserem Publikum noch schuldig, dass wir ihnen auch noch nicht nur sagen, guck mal, der Film ist kacke, aber die sind gut. Ja, und es läuft auch Radical, läuft auch an. Den hast du doch gesehen. Oh, der ist, Radical ist ein ganz, ganz toller Film. Den kannst du nicht sehr empfehlen. Ist auch ein Crowdpleaser-Film. Was ist denn Radical? Erzähl mal kurz, ich weiß nicht, was das ist. Ich muss jetzt so tun, als wir es nicht wissen. Radical, ganz im Groben beschrieben, ist einfach nur Club der Totenlichter auf mexikanisch. Da bin ich an Bord. Werden da auch ein paar rassistische Witze gemacht wenigstens oder ist das einfach so auf Augenhöhe? Nee, tatsächlich, das ist ein Film, der nimmt seine Figuren und seine Welt sehr ernst. Je, das ist ja ekelhaft. Ich möchte nur leichte Erfahrungen. Es läuft auch noch ein Kinderfilm an, sowas von super heißt der, ein Animationsfilm. Der soll auch ganz okay sein. Hier, also im Prinzip alle Filme, es läuft übrigens auch noch Ghostbusters an, Frozen Empire, den haben wir aber alle noch nicht gesehen. Also im Prinzip sage ich jetzt einfach mal, alle Filme, die anlaufen, außer Ohlala, könnt ihr euch angucken. Bitte alle anlaufen. Jetzt kommt am Ende noch ein bisschen Gehirnverknotung. Wenn ihr diesen Podcast gehört haben werdet, werden aber vielleicht, schlockerst du oder ich, Stimmt. Ghostbusters, Frozen Empire, vielleicht schon gesehen haben. Und vielleicht habt ihr uns dann schon gehört. Macht ihr mal einen Begriff. Und jetzt, unsere Zukunfts-Ich, oh Gott, es ist ja, es ist spannend, bleibt spannend. Und egal wie Ghostbusters Frozen Empire sein wird, er wird besser sein als Ohlala. Also von daher. Ja, auch wenn ich gleich aufs Klo gehe und mir hart was da rausdrücke, wird es besser sein als Ohlala. Ja, gut. Ich möchte das letzte Wort haben. Und dann, ihr dürft zuerst. Okay, also. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir ist bewusst, das war jetzt alles sehr wild und sehr energisch. Aber seht uns nach. Uns hat der Film wirklich gebrochen. Und wir hatten, wir fühlen uns ja, glaube ich, auch jetzt ganz gut. Weil jetzt ist so der Druck raus. Es ist raus, genau. Es ist raus. Und ja, wir hatten unseren Spaß. Wie gesagt, denkt dran, Tele-Stammtisch www.tele-Stammtisch.de Und hier Likes und Kommentare. Und ich bin auch durch jetzt mit der Welt. Es tut mir leid. Beim nächsten Mal mache ich das dann vielleicht ein bisschen besser. Schlogger gibt es im Internet. www.schlogger.de www.schlogger-shop.de Bei allen Social-Media-Plattformen unter the-schlogger.de findet ihr alles von ihr. Weil sie ist ja auch Comic-Autorin und Künstlerin und macht auch so Sachen über Kommunikation am Vorzug mit Kindern. Hat man gemerkt, weil mit alten rassistischen Franzosen kommt sie nicht so recht zurecht. Deswegen hat sie sich auf Kinder spezialisiert. Und Timo hat das letzte Wort, wollte er haben. Und Schlogger muss auch noch Schuss sagen. Jetzt aufzuredenst du. Alles über den Kopf. Ich sage Tschüss, dann sagt Schlogger Tschüss und dann ist der dritte Timo. Ach, scheiße. Genau. Ja, wir brauchen hier keine Werbung zu machen, weil diese Besprechung war ein einziger Rant. Ich sage jetzt auch gar nichts mehr. Stu hat meine Werbung gemacht. Und mein, ich sage einfach Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, also ich glaube, ich weiß, dass wir einfach in dieser halben Stunde wesentlich lustiger, unterhaltsamer und alles andere als langweiliger waren. im Vergleich zu diesem Film, den wir besprochen haben. Und einen Gruß an Stuhl in den Schnitt. Du schneidest dir gar nichts raus. Das bleibt alles so, wie es ist. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.